Und jetzt geht es weiter mit dem Politikwissenschaftler Prof. Thomas Jäger hier bei uns im Phoenix-Studio. Ich grüße Sie. Grüße, Frau Bilder. Prof. Jäger, wie konkret ist denn Frank-Walter Steinmeier in Ihren Augen wirklich geworden? Er ist konkret geworden dahingehend, dass er definiert hat, was ist das entscheidende deutsche Interesse. Und das ist ja ganz interessant, dass er sagt, alle Staaten müssen das haben. Und er sagt, dass unser wichtigstes ordnungspolitisches Interesse ist, Europa zu gestalten. Und damit meint er die EU, immer wenn er Europa gesagt hat, ist eigentlich die Europäische Union gemeint. Also da liegt er sozusagen auf einer Wellenlänge mit dem französischen Präsidenten Macron, der eben auch sagt, man muss die EU wieder zu einem souveränen Akteur machen. Und alles, was danach kam, löste sich in Widersprüche auf. Da war er einfach nicht konkret genug. Bei welchen Beispielen? Nehmen wir ein Beispiel, dass er sagt, die Europäer werden noch auf lange Zeit sicherheitspolitisch, was denn ihren Wohlstand angeht, was die Freiheit von Handelswegen angeht und so weiter, auf die Vereinigten Staaten angewiesen sein. Punkt eins. Punkt zwei. Wir müssen uns in die anderen Staaten hineinversetzen, um zu verstehen, warum sie bestimmte Interessen haben, warum sie bestimmte Forderungen stellen. Punkt drei. Eine harsche Kritik am amerikanischen Präsidenten, dessen Denken er brandgefährlich nennt. Also er denkt sich eben nicht in die USA hinein. Er denkt sich nicht da hinein, was die Vereinigten Staaten jetzt eigentlich in dieser Weltordnung suchen, sondern konstatiert, und das völlig zu Recht, die Vereinigten Staaten haben sich von der alten Weltordnung verabschiedet. Jawohl. Wie China auch. Wie Russland auch. All diejenigen, die es können. Und die Europäer bekommen jetzt die Quittung dafür, dass sie 25 Jahre herrlich vor sich hingeschlafen haben. Und das sind eben 25 Jahre, die der Bundespräsident ja in unterschiedlichen Ämtern die Politik mitgestaltet hat. Diese Selbstverständlichkeit des Wir, wenn ich das noch sagen darf, wo er sagt, dass 2014 sei das zerbrochen. Nein, das ist zerbrochen mit dem Irakkrieg. Das war unter der Präsidentschaft von George W. Bush, als hier zum ersten Mal die Amerikaner ein fürchterliches Image hatten. Da saß er im Kanzleramt als Kanzleramtsminister. Und hätten Sie sich heute von ihm noch deutlichere Worte gewünscht? Also er konnte ja jetzt zumindest anders auftreten, als noch damals, als er seine Rede auf der Sicherheitskonferenz gehalten hat und Deutschlands Chefdiplomat war. Richtig. Da war er in das Bundeskabinett eingebunden. Er musste die Politik vertreten, die die Bundesregierung vorgibt. Hier hat er doch die Möglichkeit, mal einen Blick nach vorne zu werfen und vor allem zu sagen, was machen wir denn draus? Er hat die Frage selbst gestellt. Er hat beschrieben, wie die internationale Lage ist und sagte dann so sinngemäß, ja, und jetzt will jeder wissen, was machen wir? Und er hat diese Frage nicht beantwortet? Wo kommt die Antwort? Was machen wir jetzt? Es ging nicht darum, wie dieses zentrale Ziel, die Europäische Union zu einem globalen Akteur zu machen, umgesetzt werden kann. Welche Strategie wird verfolgt? Wie ist das Verhältnis zu Frankreich dabei? Wie ist das Verhältnis zu den osteuropäischen Staaten? Auch das zum Beispiel. Er sagt, Russland bricht das Völkerrecht. Zweitens, wir brauchen bessere Beziehungen zu Russland. Drittens, wir müssen auf die Ängste der osteuropäischen Staaten vor Russland achten. Und kein Wort zu Nord Stream. Also dem, worum sich momentan genau diese Frage klärt. Macht sich die Europäische Union weiterhin abhängig von russischen Energielieferungen oder nicht? Welche Position nehmen andere ein? Also immer, wenn es konkret wurde, wenn man sagen könnte, jetzt mal Butter bei die Fische, dann ist er ausgewichen. Und das sogar beim Zwei-Prozent-Ziel, dass er auf der einen Seite bestätigt hat, um es gleich wieder zurückzunehmen. Aber er hat Europa in den Mittelpunkt sozusagen der deutschen Außenpolitik gestellt. Und Sie haben auch eben Frankreich angesprochen. Da hat er ja Deutschland aufgefordert, mit Frankreich jetzt mal über die europäische Sicherheitspolitik konkret zu sprechen. Denn Macron hat da ja einige Vorschläge gemacht. Ja, und Deutschland reagiert nicht so wirklich drauf. Das ist auch ein Punkt. Ich meine, der französische Präsident, begonnen mit seiner Rede an der Sorbonne, macht einen Vorschlag nach dem anderen. Über eine gemeinsame strategische Kultur. Der Begriff kam heute auch. Aber was bedeutet er eigentlich? Über eine gemeinsame Diskussion über die Nuklearfähigkeiten. Das kann man ganz unterschiedlich beurteilen, aber es wird noch nicht mal die Diskussion angenommen. Natürlich könnte man sagen, es entspricht jetzt so der öffentlichen Meinung in der Bundesrepublik viel mehr, dass man sich auf nukleare Abrüstung konzentriert, dass man eine Welt ohne Nuklearwaffen möchte. Aber das ist nun mal nicht sehr realistisch betrachtet. Und jede Diskussion, die die Wirklichkeit annimmt, wird momentan so ein wenig abgedämpft. Also der Bundespräsident hat sehr oft das Wort Realismus in den Mund genommen. Aber er hat nicht gesagt, wie dekliniert man das jetzt um in Politik? Was bedeutet das wirklich für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik? Also Sie hätten da mehr erwartet. Vielen Dank, Professor Jäger.